Wer in Sachen Radfahren die passende Ausrüstung braucht, der ist bei der Firma Kitzsport bestens aufgehoben. Schon seit beinahe 100 Jahren ist Kitzsport die Adresse für Sport und Freizeit in Kitzbühel. Als Fachgeschäft für Fahrräder aller Art hat sich Kitzsport vor allem als Spezialist für E-Bikes einen Namen gemacht. Eine perfekte Beratung wischt die letzten Bedenken und Unsicherheiten vom Tisch und bereitet den Weg zum Einstieg in die faszinierende Welt der E-Bikes. Das E-Bike ist ein Trend, der alle Alters- und Leistungsklassen vereint. Der Radler selbst hat die angenehme Qual der Wahl zwischen mehr oder weniger Körperkraft und Anstrengung bzw. mehr oder weniger technischer Unterstützung. Und das eröffnet ungeahnte Möglichkeiten. Auch wenn beim Biken zweifelsohne der Weg das Ziel ist, so ist so manches Ziel rund um Kitzbühel doch schlicht und einfach nur atemberaubend. Und wäre vielleicht ohne E-Bike kaum zu erreichen gewesen.